Oh mein Gott, das ist so cool! Der Raum auch abgearbeitet. Was war das dann? Was ist das dann? Oh nein. Hör mal. Kann er sein Zeug hier nicht mehr räumen, ey? Oh oh. Pzink, Pzink, ich mag dieses Wort nicht. Pzink, Pzinks, Statue. Die Pzinks. Ihr Handbuch ist ja wirklich kattisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Äh, ja. Weil, hier ist dieser Torbogen, ne? Was ist dort? Lumos, verzauberte Kerzen. Wohin mögen die führen? Ich war so oft hier. Nur nicht abends. Hätte ich das abends machen müssen? Alter, oh, äh. Ach denn. Ach, schieb mich doch nicht. Wer war das da dann? Ne. Ne. Warte, was hab ich denn jetzt bitte für ein Glück? Pzink. Pzink. Und hier ist es. Das düstere Zeitalter von Hogwarts Legacy. Kameraführung Main. Und damit herzlich willkommen zurück. Ähm. Hoppala. Ähm. Ja. In der letzten Folge waren wir ja mit dem Astronomie-Turm beschäftigt. Jetzt haben wir hier so ein schönes, äh, Fernrohr. Ne. Teleskop. Sorry. Ui. Wir haben, wir haben doch einmal, als wir diese eine Höhle besucht haben, hatten wir, ähm, auch so ein Tischchen, Tischchen. Ich kann mich nur leider überhaupt nicht daran erinnern, wo genau das war. Aber ich glaube... Ne. Ich glaube, das war irgendwo hier in dem Bereich. Haben wir denn da ein... Gehen wir mal ins Gewächshaus. Oh mein Gott. Das ist so cool. Ich freue mich... Ich freue mich auf die Wintersaison dieses Jahr. Auf Weihnachtsmärkte und die Deko. Und auf die Dip-Tamblätter. Oh. Hallo. Professor, ich habe mich gefragt, woher Sie kommen. Ach, wie nett, dass Sie fragen. Hm. Also mal sehen. Ich wuchs in London auf. Direkt an der Themse. Hm. Wie schön. All die Sehenswürdigkeiten und der Trubel der Stadt. Für manche, ja. Ich habe immer davon geträumt, auf dem Land zu leben. Erst in Hogwarts fühlte ich mich wirklich zu Hause. Allerdings hat es einige Zeit gedauert. Und obwohl ich inständig hoffe, dass sich hier jeder Schüler am Ende so zu Hause fühlt wie ich, ist das nicht immer der Fall. Ich schätze, das ergibt Sinn. Jeder von uns blüht anders, nicht wahr? Einige gedeihen im Schatten wie die Teufelsschlinge, während andere sich nach der Aufmerksamkeit von springenden Knollen sehnen. Und jeder von uns wächst und gedeiht auf seine eigene Weise. Ich war furchtbar nervös, als ich im Schloss ankam. Wissen Sie, als Kind wusste ich nämlich nichts über Hexen und Zauberer. Sie können sich sicher denken, wie erstaunt ich war, als ich meinen Brief aus Hogwarts erhielt. In meinen ersten Tagen hier verbrachte ich viel Zeit allein. Im Gewächshaus oder in der Bibliothek. Man muss sich erst daran gewöhnen oder schade, dass die anderen nicht freundlicher waren. Ich habe sogar eine Schachtel mit Briefen von Mrs. Sprottle für Sie besorgt. Oh, die gute Mrs. Sprottle. Sie war immer erstaunt, dass ich als Muggelstämmige so viel Magie beherrschte. Die Freundschaften, die Sie hier in Hogwarts schließen, werden sicher ein Leben lang halten. Aber jetzt kümmere ich mich am besten um eine Lieferung der magischen Rübe. Mr. Teestell hat mir eine ganze Auswahl an Samen versprochen. Schön, Sie zu sehen. Schlürf. Ach, so. Ähm, wie kommen... Ja, meine werte Dame, wie immer, wie immer. Ähm, wie kam ich nochmal raus? Ich glaube... Ähm... Was ist da? Oh! 1. 1 gedreht... 2. 2. Und schon ist es offen. Wund. Was haben wir hier? Ach... Ah... Oh. Ich... Auf anheben einfach... Ah. Und eine kleine Gäste, die nehmen wir natürlich auch mit. Dann haben wir diesen Raum auch abgearbeitet. Was war das dann? Ist das der schlafende Drache? Den man nicht wecken soll? Was machst du denn hier noch so spät? Kann man den aufwecken? Ähm, so. Was ist das für ein Geräusch? Ich wollte raus und diesen... Haben wir eigentlich schon... Ach, es gibt Mühe. Wir waren hier schon tausendmalen und trotzdem finden wir irgendwie immer noch irgendwas, was wir dann dennoch nicht gesehen haben. So. So wie diese Tue hier. Die erste? Meinst du, dass die erste wäre geschafft? Da sag ich doch nicht, nein. Ich sag ja, hier in dem Schloss gibt es nur so viele Wege und Räume, die wir noch nicht gefaltet haben. Oh, nee, den mag ich nicht. Soll ich das Schloss niederbrennen? Haben die Schüler Grund zum Flennen? Warte. Reveilion. Oh. Äh. Cool. Aber... Alter, sieht das cool aus. Und gruselig zugleich. So. Ach, guck mal an. Ach, hier ist noch einer. Iiii. Creepy. Okay. F enthüllen. Ähm. So, die Spinne. Die Spinne ist eine Acht. Eine Acht plus die Zwölf. Das heißt, wir brauchen die Zwei. Das heißt, die Eins ist dieser eine Kopf hier. Nee, nicht du. Du. Und... Dann haben wir ein Einhorn. Das ist die Eins. Und... Das Ding ist die Sie. Das heißt, acht. Das heißt... Mach mal den Kopf. Nicht mal... Nee. Nicht vorstuhren. Nee. Einhorn plus... Jetzt ein Denkfehler. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 1, und 8, plus... Ach. Was? Ach Gott, bin ich tot. Rebellion. Moi. Alter, steht hier viel Zeug drin. Oh. Ist das ein Bärwolf? Oh mein Gott, ein Hippograif. Oh, bist du schön. Hallo. Ja. Ah, Kiste. Oh, ein Eino. Oh, ein Centaurer. Ist das cool. Merlin, alte Figur. Opa-la, bin mal kurz aus dem Spiel getippt. So, da sind wir wieder. What is that, dann? Oh nein. Ähm. Rebellion. Gorgonenportrait. Ein Ölgemälde, das eine wunderschöne Gorgone und ihren Verehrer zeigt, der Weise die Augen abwendet, während er sich beugt, um ihre Hand zu küssen. Es heißt, dass der Künstler dieses Werks bei der Übergabe versehentlich auf sein Motiv startet und jetzt für immer als Skulptur im Garten in Griechenland steht. Miss. Das ist ja lustig. Alles klar. Cool. Ähm. Was gibt's hier noch? Hier fahren wir ja. Hör mal. Kann er sein Zeug hier nicht mehr gräumen, ey? Unordentlich. Was ist denn hier? Dieses Spiel schafft es auch immer wieder, mich zu faszinieren, ne? Hm. Da müssen wir einmal... Wie? Direkt am Eingang und ich hab's nicht gesehen? Ei. Hier irgendwo. Oh. Hallöchen. Einmal mitkommen, bitte. Zack und... Ähm. Oh. Vielen Dank. Das ist so... Ich hätte gerne auch solche Wände mit solchen Bildern und Wadenteppichen. Aber die sind so teuer. Hm. Was ist denn hier für eine dramatische Musik? Komm hier rein. Natürlich. Hallo, Mora. Ähm. Ja. Das ist Hogwarts Legacy. Du bist auf der Suche nach etwas und findest 10.000 andere Sachen, die du da noch machen kannst. Aber ich beschwere mich nicht, denn ich finde es toll, Sachen zu finden. Oh. Was haben wir denn hier? Hallo. Ein Demi Geissen. Ähm. Wie ging das nochmal? Rebellion. Sag mal, ist das die eine Kammer, wo Snape in dem... Was ist das? Achso. Was kommt hier da? Warten. Du gehörst mir, Demi Geissen. Mhm. So, jetzt war es getrunken. Ich hoffe, ihr habt auch etwas zu trinken und zu essen dabei. Stay hydrated, my friends. That's really important. Rebellion. Einfach nur so im Gang, weißt du? Was sind wir denn jetzt? Wo finde ich den Schlüssel? Äh, das kommt mir bekannt vor. Warte mal. Was ist das? Ach, ich wollte gerade sagen, hier ist, äh, Zrenko-Unterricht. Das lag kein Sound mehr. Na, komm. Oh, hä? Ach, ne, ich hab F gedrückt, ich lehre das. Sorry, my bad. Äh, na komm. Ja. Mann, was die Flügel auch immer abreißen müssen, ne? Finde ich nicht okay. Wie viele von den Marken haben wir? Oh, nee. Ähm, wie viele von den Marken haben wir eigentlich? Können wir das hier sehen? Zehn Stück. Können wir eigentlich auch mal in einen, äh, Gemeinschaftsraum bringen. Sieh, bolle. Hier waren wir auch noch nicht gucken. Aber wir haben ja echt noch gar nichts erforscht, ne? Was war das für ein Geräusch? was wir nämlich haben wenn auch schon alles ausgeholt das ist wahrscheinlich für die die es nicht so gemacht habe ich das nicht gut dann immer hier aber raus geht's hier raus aber schlimm wir haben auch natürlich mit gespannt was jetzt hier hinter ist wahrscheinlich nur ein kistchen heißen diese kreaturen noch mal diese william halb sind das ist sehr gut gemacht haben sich wie gesagt zu verlaufen wo geht es hier waren wir hier schon was ist das als ich diese alohomora bildschirme eigentlich skippen sollte und wir dann werde ich das in zukunft schneiden hübsche basen haben wir hier ich mag dieses wort nicht singt singt wird seit jahrhunderten von hexen und zauberern eingesetzt um wertgegenstände und geheimverstecker zu bewachen da sie intelligent ist und eine vorliebe für alle möglichen rätsel hat was haben wir denn hier noch was wo muss das denn hin wo muss ich dich hin aber warte mal aber erst mal haben wir doch eben schon gemacht Hallo, Hora. Oh, das war ein Schlossbrang, habe ich gar nicht gesehen. Hallo? Okay. Äh, dann? Vielen Dank. dann haben wir da noch das ding so dass dieses eine arbeitszimmer alles klar bitte heute machen wir aber echt viel aus ich gleich noch etwas anderes die marken ich muss sagen dass mich ihre beobachtungen die schüler seien lethargisch im höchsten maße erstaunt hat ich kann mit gewissheit sagen dass ich keinerlei anzeichen von lethargie in meinen unterricht feststellen konnte daher habe ich mich entschieden selbst mit einigen schüler zu sprechen um diesen seltsamen phänomen auf den grund zu gehen auf diese weise habe ich schon bald erfahren dass sie dass sie die wenig bekannten fakten über historische konflikte ins zentrum ihres unterrichts gestellt haben möglicherweise wäre es ratsam etwas rascher mit dem historischen feinheiten abzuschließen einer der schüler war den trainer als er von mir also von einer prüfung sache über grindelwald werft und die zahl der knöpfe auf der kleidung des zauberers während der rebellion von 1752 berichtet offenbar ein knopf mehr als die damalige norm vorgab nicht wahr natürlich liegt die entscheidung vollständig bei ihnen aber die schüler scheinen sich schwer zu tun solchen detailwissen wertzuschätzen selbstverständlich ist dies lediglich meine private meinung ich hoffe sie verzeihen dass ich sie ihn ungefragt mitteile feuer hochachtung abraham so jetzt die fragen wo du herkommst das ist ja meist meistens ist es in der nähe gucken wir mal hier dann wissen wir ja wo das hinkommt einmal los bitte und die erste wäre geschafft dessen die erste so den schlüssel haben wir jetzt auch noch hier die wollten wir auch noch zu kommen zusammen machen ja dann können wir wirklich unsere marken abgeben so viel die kommen wir jetzt auch bestimmt rein habe ich mir schon fast gedacht wenn das dahinter geleuchtet hat und ob und ob und ob und ob und ob viele von den handbuchseiten haben wir das sammeln war das hier anbieter er ist klar also 100 250 haben wir schon was ich wusste dass wir schon einige haben hatte jetzt nicht gedacht dass es wirklich schon so viele sind dort haben wir hier für eine mathematische aufgabe die zeichnen sieht man aber jetzt gerade nicht so gut nummer zwei plus zwei sind vier wir brauchen eine sechs erst ein zweiter erst ist hier gesagt schon glaube ich kein lizard noch hat hier ist eine 4 das heißt wir brauchen eine 3 das heißt und aufmachen schiebt mich doch nicht er hat es da dann was habe ich denn jetzt zu fängt wieso stecke ich jetzt hier fest ich habe schon wieder an allem bezaufe die video zeit und dann coole standuhr das andere tut ich fühle mich einfach beiseite ich weiß was hat er noch klingeln gemacht hier wollte ich wäre geschafft wäre geschafft ich drücke immer tap weil ich das hier öffnen will herausforderung aber warte 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 heraus sagt sie dass das herausforderung wieso sagt sie das denn das ist geschafft und weit oben da ja dadurch ein schlüssel ab hier und auch noch hier ja gut ich würde sagen wir teleportieren uns kurz in den gemeinschaftsraum ich meinte in den gemeinschaftsraum und dann geben wir hier diese wunderbaren marken die herausforderung mit deidelischen schlüsseln läuft gut stimmt ach jetzt haben wir die ausgerüstet super ich mache fortschritte mit diesen marken ich will gar nicht wissen wie schwer diese dinge sind so das heißt uns fehlen noch vier stück das ist doch nicht mehr ganz so viel ob wir das war am anfang so über die aufgaben über aufgaben überhaupt gar das ist doch gar nicht so jetzt 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 ich schläge jetzt hier was habe ich irgendwas diese tränke ich das auf den kohlen dann ist es so so aufträge gehen wir zu nati oder was machen da wollen wir das hier noch versuchen ich gucke jetzt einfach mal da wo ich schon mal war ganz am anfang gedacht dass das hier irgendwo ist weil irgendwo hier ja auch dieser weil hier ist dieser torbogen ich war so oft hier nur nicht abend hätte ich das abends machen müssen ja schön nach 33 scheinen in den verbotenen wald zu führen nach 35 folgen circa sich dieses rätsel lösen zu können ist schon eine beachtliche zeit kleinen chickens geht mir oh gott sehe ich nicht die schatz muss in der nähe sein ein picknick im verbotenen wald halten manche vielleicht die schatz suche liegt mir mal das okay heute sind wir wohl sehr spontan in dem was wir tun und das ist ja auch manchmal ganz gut sind die erhöht den schaden gegen verflutet hat er mal 60 und 67 das ist ja auch nicht so aber so sind die dann besser diese wirben brillen aber gut ähm was ist das Warte mal, F? Ah, stimmt, das haben sie ja nachträglich. Ist das so, dass sie das nachträglich eingefügt haben? Dass man die Sachen tragen kann, aber sie nicht tragen muss, zwingend. Also man kann sie für die Optik tragen, ja. Hey, das haben wir wieder für eine wilde Frisur. Oh, cool. Ja, weiß. Ne, dann lassen wir das doch erstmal. Also man kann die Rüstung tragen, aber man muss sie nicht zeigen. Das haben die, glaube ich, nachträglich eingefügt. Was ich ganz schön finde, habe ich nur vergessen zu machen. Ach, guck mal, jetzt sieht man auch unsere echt voluminösen. Ich würde jetzt auch, wenn wir heute schon so spontan sind, vielleicht finden wir auch diesen einen Nippler, den wir befreien konnten. Dafür Tapp und... Aha, ich habe es gelernt. Vielleicht finden wir den Nippler. Hier sahen auch schon mal besser aus. Ja. Da ist das. Oh mein... Oh, oh, oh. Komm mir mal nicht so nahe hier. Das Gruselige, ich mag das nicht. Oh, ne. Zaubern sie wieder rum, ey. Oh, ne. Hast du dich mit was? Wir haben halt gerade nicht kämpft. Reveglio. Ist er da was? Hey, was seid ihr? Oh, du machst. Oh. Ich will den kleinen Kerl aus seinem Käfig holen, Mann. Kann doch nicht sein, dass wir den irgendwie hier... Was ist das denn? Oh, nicht das, was ich... Kann doch nicht sein, dass wir den kleinen Anker finden haben. Kann doch nicht so weit weg gewesen sein. Ich weiß nur... Nur noch, dass er... Nur noch... Äh, ich weiß nur noch, dass er irgendwo... Ja, auch in irgendeinem kleinen Käfig war. Oh, ja, ja. Wie viele Hekt? Hm. Oh, ja, ja. Hier könnt mir gerade gar nichts. Reveglio. Was ist denn noch nicht? Ich finde es gerade sehr angenehm... Zu fliegen. So viel, äh... Gegner wie am Boden auf mich warten. Nee, ich weiß es nicht. Kein Plan. Geht da ab. Geht das nur abends? Was ist das Bestand da? Ah, ihr habt schon wieder mich gelesen. Warte. Wann? Machen wir doch einmal... F warten, bitte. Ja. So wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier. Meinst du? Wann? Geht das nur abends noch? Wie stammt habe er es nicht zu tun? Komm, ja. so haben wir so wo der löwe wo waren wir überhaupt hin diese folge ist anscheinend nur ein bisschen rum gefühlt ist auch mal gut muss ja nicht immer action sein ja was cooles kann das sein eine prüfung Oh, mein Gott. Nee, nicht schulen, lass. Okay. Was muss ich hier machen? Hm. Na gut, mach. Du, anscheinend. Was ist das? Nee. Und. Wow. Schön. Schön, 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 schön. Das sage ich heute auch. So ist das manchmal. Damit haben wir auch die nächste Merlin-Ordgave. Nee, meine werte Dame, ich wollte... Reveglio. So. Tja. So, wir gehen einfach mal weiter. West. Wenn wir eh schon am Weg sind. Huuuui. Regen ist so cool. Wo hält sich der Nutt hier auf? Mal abschalten, bitte. Hallo, Nati. Psst, hier drüben. Leise. Hallo, Nati. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nati, was ist los? Was wollen wir eigentlich hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und eins noch. Harlow hat dich gegenüber Kollegen erwähnt. Haben sie dich mit jemandem verwechselt? Nein. Rookwood und Harlow sind tatsächlich hinter mir her. Warum hast du mich belogen? Und was wollen die von einer Hogwarts-Schülerin? Professor Fahig sagt, ich soll das nicht verraten. Aber dir kann ich trauen, Nati. Sie wollen etwas, das Professor Fahig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz bevor ich nach Hogwarts kam. Darum war ich auch zu spät bei der Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff auf die Kutsche. Was in Allah? Da ist noch etwas. Ehrlich gesagt, ist es etwas seltsam. Professor Fahig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, mit der du die Trolle in Hogsmeade bekämpft hast? Ich denke schon. Ich lerne noch, aber ich kann ihre Spuren sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Das ist eine Menge, ich weiß. Stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, dass Rookwood und Harlow eine Bedrohung für uns beide, für uns alle sind. Und wir können helfen, sie zu erledigen. Ein für alle Mal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Also, nur mal kurz eine Frage. So, anfangs sollten wir doch niemandem was erzählen. Und jetzt zählt sie einfach Sebastian und Nati. Ich meine, ja, wir können ihn trauen und so. Aber trotzdem so. What happened? So, hä? Wir sollten doch nicht erzählen. Und jetzt erzählt sie einfach alles so. Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, können schlimme Dinge geschehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Ich helfe dir mit dem Brief. Nati. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Okay, bevor wir jetzt da reingehen, äh, habe ich gerade auf die Uhr geguckt, würde ich das dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Vielen Dank für die Leute, die bis hierhin geschaut haben. Ich hoffe, dass sie beim nächsten Mal, wenn wir da in dieses komische Kapuf reingehen, mit Nati, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank. Und, ja, bis zum nächsten Mal.